Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video Bitcoin. Ja, bei 26.300 US-Dollar, 23 wäre ein bisschen viel, 26.345 US-Dollar, wenig Bewegung weiterhin an den Kryptomärkten. Wir haben es gestern im Livestream auch schon ein bisschen länger nochmal ausführlich besprochen, von was ich jetzt so ein bisschen längerfristig ausgehe. Geht möglicherweise die Seitwärtsphase weiter, werden wir auf jeden Fall jetzt über den Sommer dann mal sehen. Auf jeden Fall momentan sehr, sehr wenig Veränderung. Apropos Livestream, ich werde jetzt die Highlights nach dem Video dann langsam mal schneiden und dann auf den Zweitkanal hochladen, also auch gerne den Zweitkanal schon abonnieren oder da vorbeischauen, wenn euch die ganzen Sachen interessieren, die ganzen Altcoins. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein in die Analyse, auch wenn sich wenig getan hat. Trotzdem ein, zwei Punkte möchte ich vielleicht noch ansprechen, wie jetzt möglicherweise neue Long-Positionen geplant sind. Das werden wir uns anschauen, natürlich auch Ethereum. Vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Blick auf Gold werfen, weil ich da gestern auch nochmal was im Stream dazu gesagt habe. Aber ansonsten würde ich sagen, lasst dem Video auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen rein schauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News etc. kommt da gerne rein. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr wie gesagt immer noch eine Börse sucht, kann ich euch nur meinen Partner BingX empfehlen. Dort kriegt ihr momentan immer noch 20 bzw. 30 USDT for free, einfach für die Anmeldung. Also ihr müsst auch nichts einzahlen, kein KYC oder sonstiges. Könnt ihr gerne mal austesten, wenn die Börse was für euch ist. Ansonsten dann halt nicht. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, 26.350 US-Dollar momentan. Wir haben gestern dann doch endlich mal diesen Wig bekommen in dieses Condor-Level hier oben rein. Haben die Ineffizienz gefüllt. Haben wir auch gestern so im Stream besprochen. Short-Idee war grundsätzlich da, aber war sofort wieder eben dieser Abverkauf. Und ich habe gehofft, okay, wir gehen vielleicht doch nochmal hoch, holen uns vielleicht doch nochmal dieses kleine Hoch hier. Mit ein bisschen Konsolidierung werden dann abverkauft. Deswegen kein Short-Volumen viel, viel zu gering, um hier irgendwie momentan irgendwas zu traden. Ich gehe weiterhin, oder primär gehe ich weiterhin davon aus, dass wir uns eben nochmal diese Lows hier unten holen. Das wäre sehr, sehr gut eigentlich so dieser Bereich. 25.800 US-Dollar bzw. 25.750. Ich habe es vor zwei Tagen schon mal gezeigt. Die Heatmap zeigt auch an, okay, da unten liegen noch eine Menge Stop-Losses. Ist nicht verwunderlich. Einfach wegen dem Rig, den wir hier unten drunter nochmal haben. Würde sehr, sehr gut passen. Und wenn ich mir jetzt den Errors also angucke, wäre ein Lower Low jetzt nicht unbedingt das Schlechteste. Sollten wir dieses bekommen, kann ich mir nämlich sehr, sehr gut erstmal eine Recovery vorstellen. Zumindest, also mindestens mal hier hoch in dem Bereich der 27.1 wäre dann auch hier unten eben die Long-Position, die wir uns hier langsam positionieren bei dem 25.850. Mit einem relativ Tighten-Stop-Loss habe ich dann so geplant. Wahrscheinlich nur so ein Prozent, dem wir hier reingehen können. 25.600 US-Dollar. Natürlich muss man das in der Stunde dann im Endeffekt beobachten, wie wir schließen. Kommt da mehr Volumen rein, wie sieht es aus. Aber für mich weiterhin eher so die Richtung, dass wir uns einfach noch diese Stop-Losses hier unten holen beziehungsweise einfach diese Schatten, diese relativ großen Schatten hier noch holen. Wirtschaftlich gab es ja gestern auch noch ein paar Daten, die ich ein bisschen vercheckt habe. Bruttoinlandsprodukt, Quartal 1 in den USA gestiegen. Arbeitslosen Anträge waren jetzt auch nicht wirklich bearish. Also für uns, ganz ehrlich, der Wirtschaft in den USA geht es einfach immer noch zu gut. Das ist natürlich immer noch so ein Zeichen, dass natürlich nochmal die Zinsen erhöht werden können. Daraufhin auch mal ganz kurz hier angucken. Also momentan für die nächste Rate am 14. Juni, ist jetzt auch schon wieder in 19 Tagen, wird momentan 50-50 prognostiziert. Also es ist nicht klar, wie es weitergeht. Wird sich dann wahrscheinlich auch mit der Schuldenobergrenze dann ein bisschen ausgehen. Mal gucken, ob hier vielleicht heute mal ein bisschen bessere News kommen. Lange haben sie ja nicht mehr Zeit, die Leute. Aber gut, werden wir jetzt auf jeden Fall mal sehen, wie das jetzt über das Wochenende läuft. Long-Position, wie gesagt, ist hier unten geplant. Momentan hier im Nirgendwo einfach eine Long-Position aufzumachen, macht keinen Sinn. Auch wenn wir uns jetzt hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu ziehen, wir sind einfach komplett im Nirgendwo. Wir haben nicht mal das 0,5er hier angetestet. Und ihr wisst, das 0,5er war zuletzt immer so ein bisschen dieser Ankerpunkt, wo wir dann gedreht sind. Aber nicht mal da sind wir hochgekommen. Also die Märkte sind einfach absolut schwach auf der Brust. Micha hat es gestern, glaube ich, schon in der Telegram-Gruppe gepostet. Das Exchange-Volumen, ich glaube, das finde ich jetzt auch hier. Das ist das durchschnittliche Daily-Exchange-Volumen der letzten sieben Tage. Und das seht ihr auch seit 2021, so seit dem Bullrun, geht es einfach täglich weiter nach unten. Natürlich, weil einerseits kein Geld mehr gedruckt wird, andererseits sind wir in einem Bärenmarkt. Das ist absolut normal, wenn man es auch mal so ein bisschen so mit 2018 und sowas vergleicht. Volumen geht dann runter. Das kann sich ewig hinziehen. Andererseits haben wir natürlich die News aus Hongkong. Ab 1.6. ist dort erlaubt, Kryptowährungen zu kaufen, zu halten etc. pp. Das könnte dann wiederum zum 1.6. mit vielleicht auch so ein bisschen Schuldengrenze, das wir mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dazu führen, dass wirklich wieder neues und frisches Kapital in die Märkte dann wirklich kommt. Das heißt, bis Ende Mai erst einmal vielleicht noch ein bisschen Seitwärtsphase ohne viel Volumen und dass wir dann vielleicht durch diesen Hype oder vielleicht durch das neue frische Geld aus Hongkong, aus dem chinesischen Raum da drüben, dass wir da vielleicht dann deutlich, deutlich mehr Volatilität dann wieder reinkriegen. Ist noch so eine Anmerkung, aber ich habe schon oft gehört oder gehe auch davon aus, dass der neue Bullrun eher durch China und sowas ausgelöst wird, also durch diese Staaten da drüben, anstatt durch die USA, was natürlich dann durch die Schuldenobergrenze dann wiederum ein anderes Thema ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan, das ist ein bisschen langfristiger gedacht, kurzfristig gehe ich davon aus, wir holen uns den RIG, bilden so eine kleine Bullish Divergence, das würde sehr, sehr gut passen, Lower Low und dafür dann im Endeffekt hier eine Bullish Divergence rein und dann können wir möglicherweise nach oben hin ausbrechen. Wie weit es dann geht, muss man dann schauen. Ziel, wie gesagt, erst einmal sind die 27.100 US-Dollar und dann müssen wir das Ganze einfach weiterschauen. Gut, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum im Endeffekt das gleiche Spiel, nur hier habe ich gestern schon mal im Video gesagt, gefällt mir die Struktur an sich ein bisschen besser. Hier haben wir auch dieses Counterlevel, wir haben uns zuerst die Ineffizienz geholt, dann gestern Abend, Nacht, 21 Uhr sind wir sogar nochmal hochgekommen, haben nochmal ein höheres hochgebildet, aber auch Kiefer geschlossen. Also wir haben unter diesem WIG geschlossen, kein Volumen hier, absolut Flaute, trotz dieses höheren Hochs, also zumindest was dem WIG anbelangt, keine wirkliche Struktur drin, ich gehe auch weiterhin hier davon aus, der Plan bleibt weiterhin, wir gehen hier hoch, kein Short momentan geplant und holen uns dieses tiefere Tief. Wie tief das dann geht, ich hoffe mindestens bis 1761, um das gleiche Spiel im Endeffekt wie bei Bitcoin zu machen. Wir holen uns ein tieferes Tief und dann machen wir dafür ein höheres Tief im RSI, um eine Bullish Divergence zu bilden, einfach so bildhaft vorgestellt, um dass wir dann zumindest ein Recovery sehen im Laufe der nächsten Woche, es geht Richtung Ende Mai, dass wir dadurch vielleicht ein paar neue Impulse dann kriegen, nächste Woche Ende Mai, Anfang Juni, um dann hier zumindest mal einen Breakout zu sehen in Richtung 1900 US-Dollar Region erst einmal. Ja, wie gesagt, mehr brauche ich dazu momentan nicht sagen, wir blicken nochmal ganz kurz auf den Goldchart, weil da sich doch mal einiges nochmal getan hat. Wir sind gestern nochmal übel abverkauft gewesen, wir schauen uns das Ganze mal auf Daily-Sicht an, wir haben eben diesen Strukturbruch gesehen, wir sind aber grundsätzlich immer noch in unserem Abtrend, das muss man auch dazu sagen. Daily Close war genau an unserer Abtrend-Linie, trotzdem so ein kleines Fake-Out nach unten hin wäre jetzt nicht mehr verkehrt, also ich habe weiterhin diesen Bereich hier um die 1920, 1930 im Blick. Da liegen momentan die Long-Positionen, werde ich noch bekannt geben. Spot steige ich jetzt langsam wieder ein bisschen ein, das heißt physisch noch nicht, aber man kann ja auch im Endeffekt PAXG Gold, also normales Gold kaufen und werde mir da so langsam aber sicher mal ein bisschen daily rein averagen und das mal ein bisschen auf dem Schirm auf jeden Fall haben. Aber momentan, wie gesagt, Abtrend hält noch trotzdem, besser wäre auf jeden Fall das Golden Pocket zu hitten. Gut, das war es dann auch schon wieder, ich würde sagen, wir müssen das auch nicht unnötig in die Länge ziehen, kurz und knapp. Später kommt noch ein kleines XRP-Update, ihr wisst, dass es Freitag kommt immer XRP und ansonsten noch zwei Analysen oder eine Analyse bei CryptoGuru. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite, wie gesagt, ich lade jetzt noch das Zeug auf dem Zweitkanal hoch, also gerne da vorbeischauen. Das war es von mir, ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Das war es von mir, wir hören uns auf jeden Fall dann später wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.